Nach vielen Problemen beim normalen Metten gehen wir Salmonidenmetten. Das war so richtig. So richtig, richtig mettig. Selbstständig mit Freunden. Neuen Raum erstellen. Doch, irgendwie freue ich mich auf später. Ich habe hier gestern Burger gemacht. Ich habe Salat und so. Ja, vielleicht mache ich mal heute die ganzen Sachen für Lammertrump fertig. Das wäre eigentlich ganz geil. Ich habe eine Antrage gestellt. Eigentlich kann man auf die Stilteam. Immer noch keine Disconnect. Stimmt! Aber gut, dass du es sagst. Du weißt, was dann passiert, ne? Junior-Clickster ist okay. Carbon-Roller. Ja, das ist halt das Problem. Man kann die Minis wegmachen. Also, überrennen mit Carbon geht gar nicht. Und ich habe jetzt die anderen zwei nicht richtig mitbekommen. War das noch so eine Art Tü dran? Ja, die Map finde ich auf jeden Fall... Also, ich mag die jetzt auch nicht so sehr, aber ich finde die auf jeden Fall besser als die andere. Geheimnis nicht rüber gehen. Auch wenn es eigentlich besser wäre, aber... Ah, der Eimer. Ich wollte gerade zeigen, da macht jemand nicht mit. Da ist einfach Samarie hoch. Oder er hat ja direkt nicht mehr. Da kriegen wir mal Lichtfliegen. Pilgrill! Sehr gut. Jo, Junge, was geht denn hier, Soos? Jo. Jo. Was? Hä? Jo. Also, also... Entschuldigung. Aber das musst du mir mal erklären. Wo ist das? Ah! Warum? Ah. So ist ja auch gar nicht los, alles klar. Alles klar, Bärchen. Mal ausrassen. Oh, der ja Nachbar. Ja. Ich gehörte. Nein. Nein! Hilfe! Hilfe, Hilfe, was soll das? Wir haben heute gemettet. Oh, was denn? Was denn? Okay. Ich bin immer total überfordert. Yo, Junge, hör doch mal auf. So gut. Na, schade. Oh, bin da nach unten. Dritte Runde und ich hab jetzt hier nur alle Ultis. Oh, was denn? Ja, Yoga, da unten sind die Eier, ne? Und dann kommen gleich ganz viele Bosse an, nur dass du es weißt Ja Ja, du bist auch cool Na gut, also gleich raus, ne? Ist jetzt nichts gebracht? Hallo? Ja Ja, direkt ins Wasser Hä? Was hat der gemacht die ganze Zeit? Oh, das war niemand von uns, ne? Weil der ist ja nur gestorben Ja, der ist genauso viel wie ich gestorben Er hat ja auch noch halb so wenig 500 WTF Oh, ich kann mir den, äh Den Big Salmo Dich, äh Madchen, ganz sehr Vielleicht, wir werden Midlord sein Ach ja Und sonst so Ja, aber dir ist echt nicht viel los, ne? Ja Ich guck mal, vielleicht spiele ich ja gleich gar kein, äh, FCO mehr Ich will mal rausgehen, was sonst wären die Leute Ja, ich weiß Ich dachte aber, du wolltest Du wolltest auch rausgehen Ja gut Ja, die waren richtig, richtig dumm Ich dachte, du warst die richtig, weil du immer wieder cool gesagt hast Und du sagst das ja meist, wenn die dumm sind Und der hätte ja auch immer nur dumm ges- äh, cool gespand Ja, war es ja richtig schön Naja Ja, ist ja gut Stellt er sich provokant vor mir, oder warum macht er das? Das ist mir zu provokant Punt Vielleicht kann man ja auch so ein Kacka-Gedreck Brauchen Ich guck nie hin, wo wir es wissen, ne? Meinst du, sie kriegen das hin auf der anderen Seite? Ich nehm ich nicht Ja Jo Habt ihr toll gemacht, Leute Habt ihr toll gemacht Wir haben doch so viele Eile hier rüber geschossen Das ist so egal Ach komm Oh, Metplaster Oh Gießdringer Und Wasser geht um Und es wird dunkel Ja Das wollte ich uns sehr mit Wasser gefunden haben Lassen wir mal aufbauen Hallo Danke. Ja. 4 Eier, wenn man Hilfe sagt wird einem übrigens geholfen im Spiel, das wissen wir mal jetzt man vermissen kann, und halt so scheint es mir meist nicht hier durch, ja so cool war das jetzt nicht, es war in Ordnung, es war okay so, Wasser wieder nach oben, ist das Wasser oben, wird man dich metten oh, Schlemmermäuler, sehr interessant freu ich mich, ob der das über den dicken macht hallo, hallo ja, au ja, endlich boah, WTF, nö, ich geh nicht rüber ich doch nicht, bin doch nicht doof ich bin ja nur der mettige Dan schießt der auch mal naja, wir sind ja tschüss jetzt sagt ehrlich junge was zum ich gehe da nicht rüber ich sehe das nicht ein von mir dann nur die ganze zeit gegner und keine neuen auf der anderen seite sondern auch die anderen die tricks arbeit machen ist ja nur die letzte runde ich doch nicht spaß 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 ich merke ich merke besonders ich mag die map in splatoon 3 weil du die eier rüberwerfen kannst splatoon 2 habe ich die gehasst die map weil das rüberlaufen war so scheiße hier kannst du die eier werfen habe ich keine ahnung was mit denen ist ich spiele immer mit diesen leuten ich habe immer solche leute immer ich krieg keine vernünftigen leute ich weiß es auch nicht was mit denen falsch läuft ehrlich eine schlange ach shit ja gut das war ein kompletter wo ist doch egal auch schon ja 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 junge wie ich hier immer eingerahmt werde ja 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 es wäre jetzt mal ohne scheiß ich habe keinen gesehen erst später als jemand in der ulti kam wieso habe ich denn immer die taubsten müsse hallo meine leute das ist mein bester matun kumpel und diese erdners hier und wir singen jetzt ein lied das heißt mit wuss wuss ja ja wahnsinn Hallo! Danke! Oh, das ist gut! ja und sonst so ja jetzt kommen ja mal direkt am Haus mal so viele Gegner raus ich kriege heute ein Rad ab hier ehrlich ne ja Wahnsinn Alarm 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 wie er sich jedes Mal freut ja komm das klingt jetzt echt flott warte mal habe ich jetzt nicht den Eimer ja so ist der Dicker sehr schön knapp daneben ist auch vorbei knapp daneben ist nochmal vorbei nein ich war auf dem Ufo da sind Bio-Klocken all meine Eier wie viel müssen wir denn da drauf buttern Junge die schmeißt die Eier weg die schmeißt die Eier nicht auf den die schmeißt die überall hin aber nicht auf den Typen nein die schmeißt die immer in den Korb rein ich weiß nicht wie viele Eier die damit ver... ja mach in den letzten Sekunden den wow absolute Unfähigkeit hier wieder von den Leuten absolute Unfähigkeit ich liebe es ich liebe es die haben die immer wieder in die Tröte reingepackt und die Eier sind dann zum Korb geflogen wie dumm kann man sein in dem Spiel ehrlich und ich weiß nicht wie oft jedes Mal wenn ich die Zuliebschmeiß gesehen habe sind die daneben geflogen das ist der dümmste und einfachste Boss in dem ganzen Spiel weil du nur draufhauen musst der macht ja noch nicht mal was nennenswertes nee fertig 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 ehrlich nee also ich bin durch mit Splatoon würde ich sagen macht ja hier nur noch nur noch wahnsinnig was sagst du sei zu Senryu oh stimmt denn Senryu ja noch ein bisschen Kohle gekriegt also gar nicht wie viele Kapseln sind das noch wenn ich das jetzt nee bei dem sehe ich das ne oder willst du noch ne Runde machen also wie was sieht bei dir aus obwohl der steht ja auch nicht besser ne können wir noch ein bisschen ja komm mach ich dann noch ne Runde auf oder sollen wir ein bisschen oder sollen wir was anderes spielen wir kommen würd sagen Senryu wir machen so lange bis die Kapseln da sind das ist ja noch ein oder zwei Runden und dann können wir noch ein bisschen normal machen würde ich sagen dann hab ich wenigstens die eine beschissene Kapsel da voll und dann hoffe ich dass ich nicht mehr durchdrehe wohl wie viel Uhr haben wir denn oh nee 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 ich würde jetzt ein bisschen die Kapsel machen und dann würde ich aufhören weil ich wollte nicht länger als 19 Uhr machen und eigentlich wollte ich nur F-Zero spielen ne mein Plan war wenn heute ein bisschen besser aussieht so von den Zuschauern dass ich sonst äh den äh weil da spielen die gleich Metroid Dread und das würde ich mir echt gerne angucken die spielen schon sonst hätte ich gesagt sonst spielt man das ja die spielen das schon seit 20 Minuten ja hat sich erledigt ich hab eh jetzt die Hälfte ja ich hab eh jetzt die Hälfte aber ich glaub das äh ja sonst hätte ich vorgeschlagen ob man das sonst als ähm sich nebenher anguckt und wir gleichzeitig Lego bauen oder sowas das wäre ja eine Idee ich hätte schon ein bisschen Bock drauf beides ein cooles Sinn X mein Freund oh ja 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 Wir sind Rio der Mettige Der Mettigste der Mettin Mettleute 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 Ach komm So das war eigentlich Also ich weiß nicht wie es auf der anderen Seite lief Aber hier lief eigentlich ganz gut würde ich sagen Oh na Kannst du rücken So ein bisschen Hörigkeit aus Ich muss sagen das sind mal ausnahmsweise Fähig Also so fühlt sich das jedenfalls bei der M1 Person an Weil ich dachte erst oh Gott der hat den Bogen Das sieht nicht gut aus Aber war dann doch ganz gut Und ich glaube die machen noch einigermaßen Dominionsfett Nein Ich nehm's zurück Du bist von der anderen Seite Von dem bin jetzt angegriffen Fast zur Hölle Bin der Ich bin der Nein Ich kippe uns Als ob Immer wegen einer kleinen Sache Jedes Mal so eine Scheiße, ehrlich Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hey, Kabo, die Rollerschen Das war's für heute. Der Carbon-Roller macht ja gar nichts. Der Carbon-Roller macht ja gar nichts. Ja, zwei Eier noch. Eins. Ist machbar. Ist machbar. Ist machbar. Alarm. Alarm. Das wird so lustig. Ja, ich würde jetzt gucken, wie weit die Kapseln sind. Und dann würde ich, je nachdem würde ich ausmachen. Weil, wie gesagt, ich würde halt gerne das an Event gucken. Und hier ist leider heute gar nichts im Stream los. Ich weiß nicht, warum ist denn momentan wieder nichts mit den Streams? Das verstehe ich nicht. Warte, ich guck mal kurz. Ich sag dann an. 665. Yo, 704. Ja gut, der hat wenigstens wieder Eier. Aber ja, trotzdem. Und ich hab gesagt... Ja. Also, ich bin für heute fertig, würde ich sagen. Ich bin für heute fertig. Dann guck ich mir jetzt gleich schön Game Stun Quick an. Ich würde auch jetzt nicht mehr FCO spielen, muss ich sagen. Wenn das für dich okay ist, dann jo. Okay, ja. Aber war cool, dass du mitgemacht hast. Also, äh, jo. Mal schön, dann kriege ich noch die Glänze. Oh. Oh. Glaube, ich würde meinen Hauptplatz ausbacht halten. Marken draufgeklebt. Ja klar, war doch mättig. Ja, ja. Und sind drei Parts, ne? Drei. Drei. In Zahlen. Drei. Parts. Mättige Parts. Ja, ich würde halt bei mir selber jetzt dann gucken, wenn ich halt morgen oder so nochmal spielen sollte. Wegen Aufrüstung. Was ich als nächstes aufrüste. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, das, was Szenerium ihr letztens gesagt hat. Und zwar, ähm, Zähigkeit. Genau, dass ich darauf mal ein bisschen mette. Und Zähigkeit war jetzt mit Ulti erhöhen, ne? Zum Beispiel hier. Bei zahlenmäßiger Unterlegenheit eines Teams fühlt sich die Spezialanzeige automatisch. Genau, und da gehen wir halt dann gleichzeitig auf höhere... Genau, das würde ich halt auch erwähnen damit. Jo. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, und das mache ich halt privat. Und dann gucke ich mal, ob ich zwischendurch mal wegen Stream gucke und so. Und das ist eigentlich bei Andy jetzt erst mal, was wir tun. Wie gesagt, ich gucke jetzt gleich den Speed ran. Aber wir können ja jetzt nochmal ganz kurz, kurz besprechen. Und dann, ja, warte mit mir tun. So. Und dann, ja, warte mit mir. Untertitelung des ZDF, 2020